Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Ithagry Panthers. Heute geht es immer noch weiter. Ich weiß, einige Leute denken sich auch so, boah, wann ist das vorbei mit der Challenge? Aber ich muss die Challenges machen. Oh Gott. Remember, das ist... Seit wann kann ich das? Oh Gott, das mag ich nicht. Nein, das mag ich nicht. Das mag ich auch nicht. Wo muss ich gehen? Blue Baby. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh. Alrighty. So ist nicht. So ist nicht. Okay, ähm, ja. Spannend. Ich mag das nicht. Ich möchte eine andere Challenge machen. Kann ich keine Kuhle bekommen? Alle 3 wieder da? Alle 3 wieder da. Alle 3 drunter. Das ist so super. gut 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 ja richtig bock wirklich ihr habt richtig bock 1 2 gut so nein i need you okay wir machen langsam schön langsam das ist gut alle wieder da jetzt warten wir mal kurz ich habe das gar nicht gesehen gut okay das war ja 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 kann sich machen schade die frage okay man muss sagen das fantastische ist tatsächlich dass also dass ich die habe so 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 ich habe das ding nicht mal vor mir wow es hat mir ja richtig was gebraucht gut okay fürs nächste mal wissen was wenn isaac blind ist ist er blind ok jetzt gucken wir mal hier mal in den secret ruhe hallo ich bin es nur hab keine angst ja morgen alle da gehen wir doch glatt mal in den member card richtig nehmen wir denken wir nehmen wir mit jawohl das hier schön schön mit euch mal ja 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 gut 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 hoffe ich alles gut okay möchtest du vielleicht noch ein bisschen langsamer sein gut das reicht mir okay 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 hallo hallo ha oh jetzt muss man mal übel ich weiß gar nicht was ist ob ich das überhaupt schon habe ich weiß nicht ob ich das schon habe aber jetzt mal so ähm wow hooo oh jetzt putz 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 bin ich immun gegen gift ich bin immun gegen gift Wo ist Magic Marsch? Ihr wollt es doch auch. Magic Marsch. Waaahhhhhh. Oh. Doop 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 dooo. Badap doop 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 dooo. Hmm. Hmm. Ich nehme es mit. Aber warum? Warum denn nicht? Das ist eine Frage. So. Entschuldigung. Das ist ja wohl meine Sache. Hab ich nicht gesehen. Ihhh. Ihhh. Ah. 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 Was ein ekliger Raum. Da 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 da. Da. Oh. Du 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 du. Du 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 du. Fliege will ich aber noch mitnehmen. Hm? Oh, okay. Das macht ja gar nicht aggressiv. Schieß doch jetzt. Wie sauer, ey. So. Ähm, ja. Ja. Okay. Nein. Ja. Nein. The Moon. Steam Sale. Coole Nummer. Nicht so coole Nummer. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Ja. Freuen Sie mich immer noch, fällig. Sehr gut. Ja. Ha. Easy. Gut. Sogar noch ein paar Bomben abgegriffen. War kein so schlechter Deal, würde ich behaupten. Oh, ne. Äh. Das muss ich hier ganz rumlaufen, ey. Warum braucht das so lange, um zu schießen? Ne. Ne, dort geht er auch nicht. Ne, weiß ich auch nicht. Tu auf dir, Mann. Ja, nehmen wir mit. Gucken wir mal, wie das so wird. Wie das so weird. So, so, so. Okay, volle Konzentration. Mein Leben von der ersten ist auch schon wieder so semi. Ach, komm. Das war schön. Das hat mir gefallen. Das war so ein bisschen ASMR. Ah, ASMR. Für die, äh, ne. So, nur heißt Waren. Der ist wieder, ne, brauche ich gar nicht. Zack, zack. Aua. Aua. Au, au. Au, au, au. Pass doch einfach mal auf, du. Ja. Was? Au, 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 au. Eigentlich... Die Frage ist, machen die Kontakt-Damage? Kann ich vielleicht Pietsch-Dizzle bekommen? Die Frage ist, was ich? Die Frage ist, was ich? Oh, PH-Dizzle. Range up. Geil. Geil. Das hat mir schon immer gewünscht. Geil. Toll, der Dollar. Ja, machen wir dafür. Ich habe nicht nachgedacht. Lass mir alle in Ruhe, ey. Wie viel habe ich jetzt eigentlich für den Dollar bezahlt? Du sagst es nicht. Das war straight up dumm. Naja. Spät. Noch mehr spät. Gebringt mir gar nichts, aber danke, dass ich es haben darf. Oder so. Luck. Oh. Welch einer ausbeute. Ich bin absolut begeistert. Ich weine vor Glück. Ja, moin. Na, immerhin. Das war gut. Mit PH-D. Das ist schon... Positive Pilleneffekte sind immer positiv. Denkt an meine Wurzel. Habe ich hier noch jemand liegen lassen? Ne, na? Ne, ich habe gerade die Tour of Diamonds activated. Hier, wow. Ja, dann kann ich auch so weitergehen. Gut. Oh. 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 Das war gut. Es war gut. Das war gut. Ich finde, es ist vor allem nicht ein paar Wurzel Eros und Ich finde, es ist die Das war's für heute. Ich konzentriere mich auch nur ein ganz bisschen, wirklich. Oh, das war ja... Der ist mal wieder so eine 10 von 10, ne? Der habe ich jetzt... Oh, äh... Karte. Man weiß nie, wofür die gut sind. Gar nicht. Stark, Leute. Stark. So, dann lass uns mal. So, so, so. Ja gut, das können wir so machen. Oh. Och, Menno. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Mal ganz im März hier. Oh, oh. 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 Hm. Warum mache ich so dumme Dinge? Was bist du? The Moon. The Moon. Ja. Was bist du? Lovers. Chaos card. Oh. Bo. Neh... Wo nehmen wir erst mal The Moon. Perks. Das kann perks. Who do... Das reduced to a half heart of the womb. Ah, ja. Machen wir mal ganz langsam hier. Piano. Was bist du? Justitia. Die gute Justitia hat mir keinen Vorteil verschaffen. Ich dachte, die droppt wenigstens so hart und sagt, bitteschön und nicht so danke und sie, ach, kein Thema, aber... Nehmen wir mit. Ganz ehrlich, eigentlich ist mir das zu teuer, na? Ich hab Angst. Das wollte ich nicht, das wollte ich mitnehmen. Yo. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mit aller Kraft an meinem... Oh Gott. An meinen... Ja, jetzt hab ich 13 Cent verschwendet. An meine Chaos Card anzuhalten. Ja, der hätte ich irgendwie... Egal. Weil... Ihr wüsst. Schon. Warum? Oh, dankeschön. Oh, danke. Dank. Komm. Sehr gut. Sehr gut. Ha. Äh... Nehmen wir das auf jeden Fall mit. Och, Mensch. Gut. 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 Okay, ich würde... Ich würde auf jeden Fall die Chaos Card für entweder Bluebaby oder Isaac... ... bewahren. Wahrscheinlich wird es sich auf Isaac, weil Isaac mag ich nicht. Isaac ist ein schlimmer Lümmel. Und dem müssen wir noch Manieren beibringen. Sehr gut. Ja, das können wir halt nur dafür. Hat's gewollt. Jo. Jo. Hm, 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 hm. Oh, hm, hm, hm. Dann stumbled the character. Oh! Wollen wir mal gucken, was im Geishun so ist? Blödsinn, tschüs. Weitere geht's. Wollen wir nicht. Das Einzige, was wir brauchen Ist eine große Ich weiß nicht, was kann ich denn gebrauchen? Ein Item Wow Wandernd mit euch Finde ich gut Sehr gut, geil Da, Alter, da Es gibt keine, ne? Ne Was gibt es hier? Ne, aber das nehmen wir wohl nicht Ne, die Pilz du Ne, hör auf Dann können wir nur Balls of Steel, ausgezeichnet Gut, let's go Wir gehen rein Wir gehen rein Wer wird es sein? Ach ja Oh, die Reise wird lang Wir sind ja jetzt erst Wir sind ja gerade mal Utero 1 Na klar Oh Gott Okay Stress mich jetzt schon Oh mein Gott Oh mein Gott Easy Ach Leute Das muss nicht sein Das muss nicht sein Das muss ja Das muss nicht sein Das muss ich Das muss ich Ich kann das alles nicht mehr. Nee, das lohnt nicht. Wie ich davon nicht getroffen wurde, ist mir schleierhaft. Aber ich wurde nicht getroffen und das ist gut. Ja, einfach mal durchstürmen. Natürlich, ja, das ist es. Okay. Okay. Klassischer Full Clear. Machen wir gerne. Achso, ist, ähm, ja. Ich dachte gerade, ich... Gut. Gut. Woher ist denn da alles? Na? Bitte sagt nichts. Och, Mann. Komm, jetzt Konzentration. Konzentration. Nicht nur auf das Glück verlassen, sondern deine unglaublich verrückten Fähigkeiten, womit du Isaac immer wieder in die... Oh, Mann. Hey. Oh. Okay. Okay. Ja, gut. Machen wir eben hier so. So. Ach. Mom, Isaac ärgert mich schon wieder. Ja. Ja. Okay. Problem Nummer 1 ist weg. Problem Nummer 1 ist weg. Sehr, sehr gut. Damit kann ich jetzt langsam nichts anfangen. Ah, 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 ah. Obwohl. Nope. Alter, zwei Hips noch und das war's. Cut off the blind. Mhm. Gucken, ob wir da von ihm was, äh, irgendwie was rausbekommen. Ja. Oh, aircraft into the base. Und c'mon. Range up. Okay. Range up. Okay. Look up. Relax. Ah. das bringt nichts das fühle ich nicht okay ich bin so wahnsinnig schnell okay was ein nein nee sei doch nicht so schnell brudi aber nie was willst du ja nehme ich mal mit hmmm 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 nein da habe ich zu früh losgelassen ja ich bin völlig mit ich habe gar keine probleme ich habe keine angst vor isaac doch hätte ich ohne probleme warum den Curse of the Lost ja gib mir noch mehr luck auch das swing ok 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 nein ach da kann ich sowieso nicht mitnehmen ich danke oh ja sag mal oh man liegt gut ach ich darf die Worte nicht sagen die in meinem Kopf rumschwirren der ist doch Müll ach komm schon vergessen Edmund Edmund geh Edmund ja ich habe gerade gedacht oh ja das ist ja mega gut nimmst du mit kannst du hoffen darauf dass du äh hier Soul Hearts bekommst aber ich habe ja noch die Tick ich habe ja ich habe vielleicht ich habe ihn und Oh, boy. Gut. Das war's. Das war's. Oh, Gott. Es fing an, alles, als ich Mom's Knife mit eingepackt habe. Naja. Gut. Dann sage ich trotzdem erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Ja, habt euch wohl und ciao, ciao.